Dieser ist für Mr. Mason! Das macht viel zu wenig Schaden von dem Paket, weil ich mit einer Pistole mit einem Schuss... ...deutlich mehr Schaden mache. Das war viel leichter, als ich dachte. Lass uns den Locking-Mechanismus zu verhindern. Es ist in das Gebäude. Use das Drappling-Fuck zu kommen. Aber... Naja, okay. Naja, okay. Was wirst du für? Schau dir nichts? Oh, oh, oh! Der Timer auf diesem Schuss! Der Sentry muss nicht wegwerfen, bevor du ihn verbringst. Wir sind erst hier reingegangen. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Uh... Oh, ich habe einen Power-Generator down. Wo sind denn die anderen? Eine... Oh... x2 Jaja... Ach komm, ey... Nein, huh,uh! Das wollte ich nun nicht! Ah... Ah, schön... Wir fangen wieder... komplett neu an. Im Checkpoint. Mal gucken. Das ist unglaublich. Das war viel einfacher als ich dachte. Jetzt müssen wir den Locken-Mekanisieren. Wenn Sie nicht mehr bilden, nutzen Sie den Ramping-Buch zu kommen. Das ist ein Ramping-Buch. Was sind Sie? Das ist ein Ramping-Buch. Das ist ein Ramping-Buch. Das ist ein Ramping-Buch. Das ist ein Ramping-Buch. Das ist eine Ramping-Buch. Du musst den Power-Generator schließen, um ihn zu verhören. Eigentlich nicht. Oh, diese Tasten. Oh. Fallschaden kriegen wir nicht. Nur, wenn ... äh.. Wenn der Entwickler meint, wir sterben noch 5 Meter. Die hätten alle sterben können, wenn die Sachen runterfallen. Ich habe eine Frage, wie hast du hier in der ersten Zeit gekommen? Ein paar von uns lebten auf Zima, in der Flöten Stadt. Wir wurden in der Nacht durch die Morphite raiders. Ich habe mit ihnen vorgebracht. Wir haben eine spezielle statue da, die uns beschädigt. Die Nacht, die beschädigt hat. Eine statue? Das klingt familiar. Wo ist Zima? Zima ist in der Zosho System. Oh, vielen Dank. Tschüss. Nun gut. Ja, whatever das war. Kann ich auf der Karte weitermachen, wenn die... ... 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 Hä? Jetzt bin ich nicht mehr mehr offen. Na ja, na ja. Also Scan-Boom ist sowieso nichts. Ist ja sowieso Quatsch inzwischen. Ok, das bringt scheinbar doch was immer hier. Du musst dich suchen für Mikael. Du bist derjenige Kale? Werden Sie uns? Ich gehe von Mira, aber ja, Kale ist meine letzte Name. Ich habe gehört, du bist ein Heroin. Oh, shucks. Ich denke, ich muss mich fragen, wer ist Mikael? Er ist der Leader hier. Er hat uns gesagt, er könnte kommen. Ich muss nach der Statue kommen, bevor die Morphite-Räte machen. Theron sagte mir, er könnte hier sein. Du hast Theron gesehen. Ist er okay? Ja, er ist okay. Ich habe ihm die Pristankkolonie erlaubt. Oh, das ist eine große Relief. Wo wissen die denn davon jetzt? Ich glaube, die sind doch... Kannst du mir erzählen, wie du Mikael findest? Er hat den Weg in der Top-Tower der Stadt genommen. Ich lasse ihm wissen, dass du kommst. Wir haben mehrere Träppen in den Platz, um sicher, dass die Morphite-Räte nicht zu ihm kommen können. Sei vorsichtig, dass du da hochkommst. Was siehst du? Du hast einen Hero. Du kannst auf dem Weg sterben. Aber es geht gar nicht. Mach ein bisschen auf, fertig. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Ich werde einen unbeweglichen Laser abschießen, der nur zu deaktivieren ist, wenn ihr für dich die Stelle trifft, die ich alle paar Sekunden ausfahre. Liegende Kartoffelmonster. Ja. 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 aber da unten rein, da war doch so eine Tür. Ja, oder nicht. Okay, zwei haben wir aktiviert. Ich weiß nicht, was wir... Keine Ahnung. Aber falls die Raider kommen doch mit dem Raumschiff. Die können nach oben aufspringen. Ist doch vollkommen egal, ob die Fallen unten haben. Also denke ich mir jetzt gerade mal. Universum, ich glaube dir nicht. Was du meinst sein oder sein wollen zu sagen. Keine Ahnung. Außer die Raider sind irgendwas anderes, was man nicht kennt. Ja, ja. Wir waren... Oh nein, nein, nein. Das Ding ist, wenn sie nicht mal weiß, dass der eine gerettet ist. Oh, kennt sie uns denn als Helden? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Die auch aktivieren? Nein. Achso, die gehen so einen Weg hier. Das ist ja lame. Wieso könnten wir auch... Die auch einschränkt. Oh, die sind ja. Okay. Und das ist ja, das ist ja. Das ist ja, das ist ja. Frage, die für die Rettung. Die. Die. Däufe. Und... Und das ist ja, das ist ja. Und das ist ja, da ist das ja. Das ist ja... Ja. Das Ding fällt alleine, ist halt ein Steuerding, aber das können wir nicht benutzen. Aber warum? Soll das eine Falle sein? Ist das nicht verstanden? Ich verstehe das nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, was jetzt der Top Tower hier sein soll. Wir raschen einfach durch. Endshaft. Das ist ja hart, Lame. Ah, gut, wir fahren nach oben. Das ist ja... Du hast meine Leute auf Dantoo geholfen, und ich bin dankbar für das. Das ist eine der Power Cubes, die sich um den Statue zu öffnen. Es gibt drei von ihnen. Ich glaube, du bist hier für das? Wie hast du gedacht? Die Morphite-Raiders haben einen der Kubes genommen, und sie haben den Osten der Stadt umgebracht. Ich habe ein paar Morphite-Raiders in meinem Tag genommen. Ein paar ist etwas, aber das ist mehr als ein paar. Ich habe einen weaponierten Pug und einen charmanten Robot-Kat, um mir zu helfen. Best of luck to you, and your pets. Als ob sie die verarscht die doch... Also sie verarscht ihn. Das Klimo ist doch so klingt, als ob sie ihn verarscht. Und die haben keine Chance, scheinbar sich gegen irgendwas zu wehren. Alleine. Und sie ist auf einmal bad-ass, um mal vorher zu... Also... Ich weiß nicht. Ich finde, dass es... Nee. Und die wusste nicht mal, dass die Ostseite eingenommen ist? Wie groß ist denn die Stadt? Ist das alles? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber ich stelle mir immer so vor... Es wäre genau so... Kommst du essen? Und dann... Ja. Du musst aber das Besteck noch craften. Das musst du einzeln aus... Aus... Aus dem Dungeon 1 und 2... Ich nenne jetzt einfach nur irgendwie hier. Ja. Musst du erst einen Gegner besuchen, damit du eine Gabe bekommst. Danach kannst du dann das Rezept... Und kannst du dann selber Gabeln craften. Und so weiter. Und... Ich bleibe hier so lange stehen und halte Wache. Ich mache nichts. Ich gebe dir die Aufgabe. Sonst könnten wir es... Könnten wir gar nicht... Ne? So ungefähr. Naja. Ich habe jetzt gedacht, es ist irgendwie eine... Naja. Also was ist denn die East Side auf der CD? Das habe ich auch noch nicht verstanden. Okay. Da brauchen wir schon mal noch ein bisschen Power, wa? Okay. Wenn wir bevor... Eigentlich würde wieder alles verloren sein dann... Können wir mit dem da oben hin? Oder ist das nicht sinnvoll? Oh es geht. Was das? Ja. Ich gebe dir mit dem. Ich gebe dir jetzt einen Wuchten. Mir war. Es geht mir lang. ist der umsicht also setzt eine echte frage ist der umsicht du und du ich weiss es nicht ok, mach ich da hoch ja scheinbar was ist so ein buch ok, damit ihr es vielleicht lesen könnt, falls es euch interessiert